Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Videotutorial, wie mache ich eine 10-Minuten-Abschrift mit dem Tast-und-Brief-Profi. Als erstes brauche ich eine Textvorlage entsprechend, die wähle ich hier entsprechend wieder aus. Die ersten Zeilen sind oft zum Einschreiben gedacht. Man muss dann schauen, wann dieser Schreibtext beginnt. Hier beginnt der Abzeile 13 und dann muss der Text erst einmal begrenzt werden. Das funktioniert unter Einstellungen, das wollen wir nicht zwischenspeichern und ab Zeile 13 hat dieser Text begonnen. Wenn man hier auf Übernehmen klickt, dann sieht man, hier fängt der Text jetzt an. Um die 10-Minuten-Abschrift einzustellen, muss man auf Einstellungen klicken. Hier stellt man eine Ablaufzeit ein. Das Ganze stellt man auf 10 Minuten dann ein. Diese Einstellungen können beibehalten werden. Die Korrektur ist frei. Die Vorlage ist als Text ersichtlich und hier klickt man dann einfach auf Übernehmen. Hier läuft zwar die Zeit schon, aber die 10-Minuten-Abschrift selber läuft noch nicht. Das funktioniert erst, wenn man hier auf Aufgabenstart drauf geht. Und hier ist es wichtig, Test mit Ablaufzeit starten anzugeben. Dann wird man gefragt, ob der Test wirklich gestartet werden soll und man sagt hier Ja. Hier ist es jetzt so, in roter Schrift steht hier jetzt Zeit, Test 10 Minuten. Das sagt dir dann, dass du alles richtig eingestellt hast und mit dem ersten Tastenanschlag fängt dann auch die Zeit an zu laufen. Wenn die Zeit durchgelaufen ist, dann kommt das Druckfenster und an der Stelle machen wir einen kleinen Schnitt. Ja, hier sind wir wieder. Ich habe jetzt alles umgestellt auf eine 1-Minuten-Abschrift, weil 10 Minuten, das dauert mir zu lange für dieses Video. Hier noch ein Hinweis, man braucht am Ende der Zeile nicht zu schalten. Man schreibt hier einfach weiter und kommt automatisch in die nächste Zeile. Hier wird dann ein, wenn die Ablaufzeit abgelaufen ist, wird ein Hinweisfenster angezeigt, dass der Test gespeichert wurde. Man bestätigt das Ganze und hier sieht man dann, was man eingegeben hat an Text, wie viele Anschläge man hatte und die Zeitvorgabe entsprechend. Bei euch steht dann die 10 Minuten dran. Ich habe jetzt vorhin eine Minute eingegeben und die Fehler werden hier noch nicht angezeigt. Das findet dann erst auf dem Ausdruck statt. Man klickt jetzt hier auf Drucken und dann hier nochmal auf Drucken und dann fängt das Ganze an rauszukommen. So lassen wir jetzt ein paar Jungs machen. Danke. Vielen Dank.